Oh! Oh! So, ihr könnt jetzt nicht alle... Nein, Entschuldigung! Ihr könnt jetzt nicht alle... Ah, ich bricht es so! Pass auf, komm! Stefan Raab! Nein, wir machen das jetzt nochmal! Nein, VivaVision, Stefan Raab! Das ist, den wir heute waren, sag's, komm! 20 Uhr! 20 Uhr wird an die Stadt kommen! Unser böser Bube ist der, der böse Bube! Unser Anti-Star! Das müssen wir doch mal kurz dazu sagen! Ich glaube, wir werden jetzt auch reinschalten! Stefan! Haben wir den Stefan, wo ist der Stefan? Stefan! Ist der Stefan da? Stefan! Oh! In der Nase! Stefan! Stefan, hallo! Stefan! Stefan, kannst du uns hören? Stefan! Hallo! Stefan! Ja, jetzt kann er uns gleich hören! Ja, ein kräftiges Bohai nach Köln zum Sendestart von Viva! Liebe Zuschauer, verehrte Kollegen! Ich habe mir gedacht, in dieser Weihnachtszeit ist natürlich ein musikalisches Grußwort das ist genau an der richtigen Stelle und ich fange am besten direkt mal an! Hallo Viva! Zum Sendestart wünsch ich das allerbeste! Feste! Und das natürlich auch zum Weihnachtsfeste! Feste! Und noch ein kleiner Tipp für diese heilige Nacht! Au! Schalte Teilneutabend um ab!